Was ist DBB-Tours? Wir sind gerade auf DBB-Tours, oder? Kann man das so sagen? Ich habe es gerade noch gegoogelt, deswegen. Ich freue mich auf die Reise heute. Wir bei DBB-Tours haben die Teilnehmerliste immer schon Wochen im Voraus. Es kommt jeder Bus, Zug und jedes Flugzeug ist immer pünktlich. Das Essen ist immer allerbeste Sterne-Küche. Alle Gäste fühlen sich immer wohl mit uns. Lass uns mal schauen, was die Jungs damit für Erfahrungen gemacht haben. DBB-Tours sind die Reise in der Nationalmannschaft, oder? DBB-Tours ist, wenn man sich einen kleinen Schneck noch vorhat. Das ist der Codename für unsere Reisegruppe hier. Wenn der Adam erschneelt, ich habe das alles für den Exitplatz gekriegt. Wobei man noch mal umpacken muss, damit das Gepäck nicht zu schwer ist. Wir mussten sogar wirklich nichts umpacken. Ja, ich würde sagen, das sind alle Auswärtsfahrten, die wir mit dem DBB anstreben. Pauschalreisen zum guten Preis. Mit Flugzeug oder Bus? Meistens fliegen wir ja. Schön im Reisebüro. Du gehst auf www.dbbtours.com und dann kommst du da ins Gruppenergebnis ins Viertelfinale. Ja, hier sieht man, DBB-Tours gibt es bei Check24 nicht. Weil das ist nur für exklusive Partner und Spieler des DBBs. Pass auf DBB-Tours, also extra Plus dazu gebucht. Wir beide morgen zur Person. Das fragt keiner, wo du hingehst. Das fragt keiner, was du machen sollst. Einfach immer mitlaufen. Wir müssen alle hierher. Keine Ahnung, wo wir hingehen. Alle hier rüber. Bitte löschen. Bitte löschen. Bitte löschen. DBB-Tours ist wie wir reisen. Natürlich auf allerhöchsten Niveau. Das ist eine gute Definition. Ja, das ist DBB-Tours. Wunderschön. Und ich würde sagen, so das alles zusammen ist eine DBB-Tour. So heißt es DBB-Worldwide Tour. Worldwide Tours.